Auf Wiedersehen Sam Wir werden mal kurz zurückreisen noch Wir müssen noch zurück, oder? Ah, diese Karte ist einfach nervig mit der zu dirigieren Zur Davenport-Siedlung, doch Gut, dann laufen wir kurz mal zurück Es ist ja wieder Winter Ist wohl ein wichtiges Element hier in diesem Spiel Gut Ich denke Ich werde noch Diese Mission machen, die jetzt kommt Und dann werde ich Wieder aufhören Also ich will die Sequenz noch machen Diese Sequenz 5 Das ist eigentlich mein Ziel Rückkehr des verlorenen Sohns Willkommen zurück Du liest mich in Boston Deine Übungen hier Sind alle schön und gut Aber Erfahrung Ist der viel bessere Lehrmeister Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich Wir müssen ihn finden Das werden wir Nachdem das Haus repariert wurde Aber er ist frei und plant Wer weiß was Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training Er ist ein erwachsener Mann Mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst Wirst du das hier brauchen Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere Hey, Pepe! Hey, Pepe! Hilfe! 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 Okay, da geh ich jetzt schnell raus Hey, Hilfe! Hilfe! Hey, Hilfe! Oh komm, bitte! Hilfe! Er wird sterben! Du schon wieder Er hat keine Zeit Bitte komm Wie wär's, wenn du erstmal sagst Was Sache ist So kann man ja anders nicht arbeiten Da unten Er ist gerade unter der Brücke durch Helft mir Hilf mir! Hilfe! 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 Schon mal keine volle Synchronisation hierbei Aber gut Voll verplant Ich Hilfe! 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 Ich versuch's Ich versuch's Ich versuch's Sehr schön Sehr schön Sehr gut, Rettung aus dem Fluss Die Ruhe wird mir fehlen Aber das Holz können wir gut gebrauchen Das Haus benötigt viel Arbeit Das und andere Dinge Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste Wenn du Zeit hast Da gibt es etwas, was du sehen musst Und was? Was nützlich ist Nach Mission mit diesem Symbol Ausschau halten Um neue Einwohner zu gewinnen und die Siedlung zu verbessern Wenn sie ihre Siedlung ausbauen, erhalten sie Zugang zu neuen Ressourcen Und schalten neue Gegenstände frei, die sie herstellen können Alright Das ist über Achilles immer so in Weißt du, in so Geheimnissen redet Mit so Geheimnissen Morgen Morgen Wer bist du eigentlich? Kann man mit dir reden? Nee Die reden So gut ein Morgen überhaupt sein kann, was? Ja Ist wohl so Mal kurz auf die Karte Sequenz Also ich kann das machen Und ich mache Und das da oben Okay Das bedeutet Äh, dass ich jetzt, äh, aufhören werde Erstmal Ja, genau Ich werde, äh, erstmal Mich zur Ruhe setzen Scherz Vision von, äh, ja genau Wissen wir eigentlich alles Also Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da Ansonsten kommentiert, abonniert, teilt das Video auf sozialen Netzwerken Damit es immer schön, ähm Äh, ja, damit es sich schön verbreitet in meiner Community natürlich wächst Ansonsten jetzt frisch Offen, äh, schön frisch, äh, da meine Facebook Fanpage, äh, also in Anführungszeichen Fanpage Also meine Facebook Seite Werde ich immer die neuesten Videos, ähm, werde ich da immer, äh, teilen quasi Wenn die, wenn die öffentlich werden, dann, äh, werden die geteilt, ja Oder beziehungsweise werden die darauf, äh, äh, ja gepostet Dass sie da sind Ähm Mit, mit einem Link dazu Und, ähm, ja Wenn es, äh, wenn ihr, wenn ihr dann Wobei schaut, äh, und da vielleicht auch ein Gefällt mir lasst, äh, lasst, äh, wäre das natürlich auch ziemlich cool Ansonsten und da vielleicht auch mal Aktiv werde, das wäre mal cool Auch ein bisschen auf Facebook so aktiv zu werden Ansonsten, äh, könnte ich nur sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao